Ah, 97! Okay, komm schon! 98! Auf 2! Und 9! Ah, was ist denn? Ah, okay! Aber den Hunas, den Shabby, Glück treibt es an. Wenn ich da dann am 29.05. Ja, ihr kennt das ja schon. Antipelium für Fulna, All Night Wrong aus dem letzten Jahr. Und, ja, viel gut in Shape. Ich auch, Spieler noch. Nur Muskeln, kein Fett. 22 Uhr geht's los. Und Ticket gibt's natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ja. Ja, ihr müsst da kommen, aber ihr müsst dann schön, ihr müsst schon auch gekommen sein. Genau, und wer ein Muskelshirt kriegt, der kriegt eine besondere Überraschung von uns. Ich kehre dir die Fresse. Ja. 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 Ja.